Musik 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 und herzlich willkommen zu Tera. Euer Justin hier A.K.A. Korobie Zune Oder wie ich in diesem Spiel Miss Foxy bin Beziehungsweise hier in Miss Foxy und hier Magickland Foxy Und ja, ähm Nein, das sind beißen noch Charaktere auf Level 1, ja Erstmal ist Tera ein MMORPG Wie ihr eventuell wisst, das ist ja kein unbekanntes Spiel Und ich stand eigentlich immer so auf dem Kriegschuss mit MMORPGs Und ich dachte mir Komm Gibt's immer auch Erdbegin noch eine letzte Chance Tera soll ganz gut sein Testest du das doch mal Und ja, hab mir gedacht Na komm, wenn du es testest Kannst du auch gleich mal den Leuten zeigen Sprecher Aber gut Ne, mal trinke ich ihn weiß, mit seinem Professionell Lass mich Also, ähm Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal nur diesen einen Part hier Wenn wir jetzt mal jetzt mal jetzt mal gucken Wenn wir jetzt mal jetzt mal gucken 16,19 Wie sieht's auf der Uhr aus? 20 Okay Die Uhr immer schön im Blick haben Wo die Kontrollen nichts zu tun haben beim RPG So Ich glaub Ich glaub, ähm Ich werde jetzt so fürs Testen mal Den Nahkämpfer hier testen Und ja, ich möchte mal aus Prinzip weibliche Charaktere Das ist schon seit Jahren so Und das wird sich nicht ändern Ähm Und den werde ich dann, äh Spielen Den Mage Falls mir das Spiel gefällt Und sich eventuell Andere noch dazu kriegen Mit mir zu spielen Dann Wird's eventuell auch mehr Content davon geben Aber jetzt erstmal So ein kleiner Test So als kleine Zwischenparts Zwischen, ähm Uri Das vorgestern geendet hat Wenn Ich denn nicht vergessen habe Das hier zu Rendern und hochzuladen Und dann kommt Übermorgen Das neue Projekt Ich weiß nicht, ob ich es schon irgendwann mal gesagt habe Aber Ich werde es jetzt hier nicht erwähnen Und euch einfach hier Müsst euch ihn beratschen lassen Hehehehe Ja Ich hoffe einfach, dass ich Nicht so In den letzten Wochen Habe ich es öfters mal vergessen Freizuschalten Einfach nur, weil ich ein Idiot bin Und nebenbei arbeiten muss Und Niko Niko ist einfach Niko Der ist ein Holzkopf Hehehehe Hehehehe Ich stehe hier Holzkopf Bei Baum und Egal Ich soll das lieber lassen Der starten Nidl Miss Foxen Also Move Quickmark Convert Interact Skills Jump Das ist ein Einfach Das ist ein Geht Land of Dodd, now we'll see some action. Patience, Recruit. Whatever's on that island wiped out the first expedition. It's a graveyard for the arrogant. Ha! A graveyard for anyone who dares to cross swords with me, maybe. Who's with me? Count me in. On the day I heard about a mysterious island rising out of the sea, I dreamed I'd see it for myself. Then you need more ambitious dreams, my friend. Mysterious island equals ancient treasures. Equals the perfect place for me. By the titans, that island is huge. Enough chatter, recruits. Get down there and report for duty. For the Federation. Oh, scheinbar! We'll probably just play the game. I think we'll get a little bit of a tutorial. I'm surprised if I don't know if it's a loud sound. But it's also a film sequence. Yes! So, now it's a bit slow to be. Okay. 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 Was denn mit rechts? Mit rechts passiert einfach... Ah, okay. Das ist ein Spell. Ich hab keine MP. Gut zu wissen. Ja. So. So schön jetzt wird's nicht in Kampagne. Ich kann keinen Chat. Ähm. Das ist scheinbar... Okay. Ah, komm. Äh, ich habe noch ein neuer Recruit. Es ist spät. Äh, Johnny, wir haben eine Menge Arbeit hier. Tensor-Oberto-Research-Team. Ah, okay. Okay, also werden wir getestet. Wir müssen jetzt irgendwen suchen, und dann werden wir getestet. Äh, und Twilight. Okay. Scheinlich ist es so, in einer Art Stadt später noch. Kann ich einfach mal hier unten rechts. Und was haben wir hier noch? Äh, was ist das? Raid? Check-Forms. Was haben wir hier noch? Enchanting. Okay. Und user interface. Okay, sehr schön. Äh, was gibt's noch? Mini-Math? Word-Math. Dig ich die Word-Math aus. Also, bis jetzt haben wir nur das. Okay. Okay. Also, das ist jetzt so gesehen, dass... Tutorial geht mal an. Velika. Eine Doch-Dorn. Äh, Arcadia. Ja. Okay. Okay. Also, auch noch gleich, äh, Level wird angegeben. Ähm... Velika... Scheinbar... Das nächste ist der... Das nächste ist der... ...und... ...und... wird der hier. Okay. Mhm. Peter. 1 bis 11. 10 bis 520... ...oder ich glaube wahrscheinlich als erstes hin. Ja. Scheint so. Velika und dein Darten. aber erst mal was ist das? äh, wir haben Stamina HPMP Crate basic und das ist weiß okay auf jeden Fall 1,2,3,5,6,7,8 das ist Moment, was ist das hier? your combat speed increased by 34,3 minutes adjusts to knockdowns reduce knockdown left click ist das, was ist das evade roll okay okay er schenny auch ist das falsch ist das gleiche als wenn ich so mache? er ist gut äh ich glaube ich bin irgendwo falsch, oder? ne, hier ist schon richtig da muss der Kind okay okay was ist das, Kind? Äh... Hey, was? Juhu. Äh... Okay. Und L. Okay. Okay. Okay, die wollen gar nicht da sein. Trotzdem sind die hier. Warnung, Larry. Oh, mein Schwer. Von Level 2. Hm, und Hayter schon. Reporten. Erste Befehle. Wir sollen jemandem sagen, äh, den Start berichten. Okay. Ist das meine Zeit wert? Okay. Okay. The first one. Nee. Okay. We're firing from the quest. Ehh, help calling it. Er... Neurocubes. Mhm. Welcome here, of course. Checkpoint. Local Rural School. We're firing from the quest. 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 What's going on? What's going on? What is this? Ah, these're the things I want to do. So, okay. Okay. Okay, man sieht lang, wenn die... wie die angreifend werden. Okay, gut zu wissen. Endlich habe ich ein bisschen Mana. Oh Gott. Okay, aber stimmt, aber erst weiss ich sehr klar. Wenn wir auf den Händen angreifen, machen wir mir Schaden. Ich weiß nicht, ob das wirklich scheinste Erhöhung ist, wenn man einen typischen Strike macht. Ach, und muss das Gold so aufheben. Okay, gut zu wissen. Äh, das war F. Äh, boi, 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 ich weiß nicht noch, dass das, 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 äh, meine, das ist nicht N. Ah, das ist der Raidshot. Äh, cool. Ähm, 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 x. Ups, okay, geht's auch nicht, g. Nein, das gilt. Das ist Help. Alchemie. Äh. Nein. Äh, geht's gar nicht. Äh, K. Äh, Click to... Ah, okay, das sind jetzt die Skills. Click to obtain. Ja, nein. Äh. Aufmer 1. Okay. Okay, das bricht Attacken ab. Heißt, es ist ein kleiner Knockback. Gut zu wissen. Heißt, man kriegt die Gäger-Attacke, die man ausführt. Für jede Attacke, die man ausführt, kriegt man also Mana. Ist gut zu wissen. Hei. Dann kann man schon evaden. Ich finde, evaden ist was Tolles. Das ist eine tolle Attacke, die gefällt mir. Äh. Das Spiel müsste ich jetzt... Ach, ne, das ist... Other duties call me. Ich soll ja da hinten hinnehmen. Ich wollte... Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendwas machen soll. Aber auf jeden Fall, das System hier gefällt mir. Das, äh, Kampfsystem bis jetzt. Das heißt, du bist jetzt dieses Kampfsystem. Das ist halt... ganz normal nur rpg was ist das da oben wie viel speed increases ok, ist das meine buffs oder was? hurry du 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 Prozent Prozent 5 Juni hat ja nichts die Gatter sind ziemlich laut werden darauf noch gar nicht so lange gespielt kommen schon ein bisschen länger vor das ist es ist es gesetzt mit sie sind das ist die morning glory die die das ist so das ist das in den 1 equipment auch entschuldigt spitz 1 künstler schuldig ist es und es ist die aber nicht mhm, Level 4 und das, E-Chief-Lens das ist noch unwichtig E-Chara-Shop ok wir machen 1v1 ok ok, Juni hat dir cool words, now show me deeds we'll cross paths again, I'm sure knock down, strike down, intensity actually with you ok stay true to the deals you make slayer training you look relaxed, let's fix that ok when you earn more experience I get better skills if you like a bullet skills you become a moving circle of influence spinning later it will be even more useful ok 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 you probably let us all in Norris take if you're in the way, soft and shake in den süden super well, let me show you what I've got Richtung Süden. Okay. Hat mir ein bisschen wehgetan. Ja, wirklich gut geholfen der Gunner hier. Okay. Äh, wie viele habe ich? Ah, ich habe keine Heid. Äh, ich muss die Heid sagen, okay. Ich wollte eigentlich nur helfen denen. Ich kriege den Experten aber keine Heid, ne? Ah, ich kriege keine Heid. Ich muss Heid haben. Also das Fell von denen. Die, die nicht so englisch bewandert sind. Oh, Scheiße. Ah, ich bekomme. Ach, das ist schon mein normaler Schlagliefer 2. Äh, ha. Bisschen Gold aber noch keine Heid. Okay. Das ist doch nicht so ein harter Nachbeck wie ich dachte. Ja, das ist doch kein Heid. Doch. Bisschen. Und schon wieder Level ab. Da war ein Heid. Was? Wunderbar. Äh, 2. Auch Level 2. Ah, Level 2. Der hat auf mich abgesehen. Ja. 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 Das ist mein, um, bestes Equipment. Oh, ein Boss. Mein erster Boss. Wohohohoho. Sorry, weiß ich nicht. Ähm, Skills waren und Erkanne. Ah, noch Downstrike. Hinder 2 und 3 kommt raus. Oh, die perfekte Fähigkeit. Das sieht manchmal aus. VKs. Ah, love for a VKs. Easy. GG, easy. GG, easy. Ein WKs, GG, easy. Ich hab eben erst einmal ein Inventory, ne? Äh, warten. Hast du das, was ich jetzt bekomme? Das hier. Das hier. Ah, das kann ich gar nicht tragen. Das ist... Kaffee, das schon irgendwie. Ah, okay. Oh, Moment. Oh, noch irgendwo. Rüstung. Schwer. Kostüms, Konsumgel. Crafting. Mist. 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 Okay. Ach, das ist... Aha. Okay. Tomorrow the world. Well, Portslayer. Timbear. Time to make the next day. Ah, for the world moving up to tomorrow on Overwatch and meet Nisi. Oh, Nico wird das gar nicht gefallen. Da muss ein Jahr, und muss Bäume schlachten. Ah. 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 Ich weiß nicht, wie gut das gefallen wird. Ähm. Haben wir es eigentlich nur eine Waffe bekommen? Oder? Oder auch nicht? Hm. Nehme nicht. Äh. Questlog war... ...unter... ...unterlog. Feind? Ne, siehe. Ah, okay. Dann kriege ich das. Ich glaube, früher sein kann ich nicht den finden. Nur an. Ich habe ein kleines Hähchen auf dem Hasen... auf dem Pferd gereiht. Auf dem... Hähchen ist auf dem Hasen gereiht. In die Augen. Und ich mache ein Katzengeräusch, ja! Schlau. Na komm. Warum bist du hier? Danke schön, dass du den Laden hast, Model, und nicht dann gleich an... Bäh. Unmatched. Ja, genug. So. Äh. Noch ein Recruit. Kann sich nicht nehmen. Das ist noch ein Ort. Oh, schon wieder irgendeine Quest, wo ich links und rechts laufen muss. Ah. Jetzt habe ich nicht so eine Stadt. Da hat jemand Glück, dass ich mich nur angezeigt. Ah, na. Ich habe keinen Bock. Ich kann ja auch springen. Stamm. Da kann ich eigentlich auch nicht. Okay, na. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich da hin. Ich habe einen Moment für dich. Endlich kann ich diese Kack-Quest abgeben. Du hast meine Atenung. Wie kann ich mir helfen? Für die Föderation. Wie muss ich den hier? Was ist das, Kind? Äh. Just for me. Yes, you can't miss it. Kiria ist. Sprich, oder? Äh. Äh. Äh, mit Kiria reden. Meine Ahnung. Nach unten. Schmieden? Oh, was ist das? Ah, ne. Die sind auch nicht drin wahrscheinlich. Äh, ne. Ich sollte mich mal ein Inventory. Mal eine neue Brache testen. Ist die besser? Ne. Die... Oh, die ist auch hier in den Täumen besser. Mehr Impact. Ist die besser? Wie ist die besser? Ist die besser? So. Let's get started. Die Antwort nicht. Ja, Bob a training dummy. Okay. Nee, alles. Die packt jetzt einfach auf die 3. Ups. Ja, komm. Respot endlich. Kein Bock. Hau bei euch. Kann die ... Hau bei euch. So. Schau es zusammen, Leute. Schauen wir ihnen, wie die Amani es tun. Schau auf. Augen vor. Kaya's Grace, ich bin mit dir. Ready for action. Okay. FEDERATION THANKS YOU. Let's get it done. Ich bin geometry. Was hast du Escape? Ja, ich komm aus Kirill. Da was kannst du in Sachen verkaufen. Ja. Ich sollte richtig ausruhen, wie nur ein... Ein Feuer benutzt? Ah, muss ich schon wieder jemand anders aussuchen. Da. Ach, hier ist sie. Ah, hier wird uns mit so vielen Leuten reden. Ups. Oh, hier ist noch eine Kampagne. Da. Wohnt ihr? Wohnt ihr? Wohnt ihr? Wohnt ihr? Da. Ja. Fortune smiles on us. Use Lonsam Charm. Use Lonsam Charm at the campfire. For the Federation. Let it be so. Okay. 6 ich bin Level. Ah, ich seh mein Level gar nicht. Ja, komm. Oh, okay. Das hat weh. Von Feuer. Ach, weh, weh, Mann. Ah, das sind also die Dinger. Von Feuer, wer ist mit Mann? Okay. Okay, Puffler, es habe ich in Ruhe. Kann einfach vom Block. Okay, das ist keine schlechte Idee mit dem. Da wird Spongebung. So, jetzt kann ich den nachher oben. Okay, dass ich das mit dem, dass ich das mit dem Bonn verstanden habe, das hat lange gedauert. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Und wie jetzt so eine andere Person, äh, Tutorials sind so extrem ewig lang. Das war's. Erh, Gave Ring, okay. 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 Mining. Okay. So, to break. There's nothing even under us. Who is there? There's a side quest. I want to do the side quest. I have to go somewhere else. No. I hate to go long ways. I'm going to do the side quest. No. Come, when I'm already here. Okay. 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 Es ist nicht so, dass ich das noch mal mache. Ja, das ist ein Questrad. Das ist immer die Questrader. Das ist noch mal. hat minus meine ich mache deren Arbeit ich hatte Kulons ich habe die Kulonsen die Kulonsen zurück zu der Kulonsen Ok, dann können wir die Kulonsen und dann geht's Ach so, da oben und dann geht's Ist das meine Zeit? Ich muss hier umherlaufen Schrecklich Was ist denn? Ok Hier Stone Peaks Perfianer, unter dem Ort Ich bin ein paar Kulonsen Ich bin ein paar Kulonsen Ich bin ein paar Kulonsen Schick Nein ich bin ein paar, Ich bin ein paar Schick Oh scheiße, spät, evaded. Hm, ne Bombe, wo kommt die Bombe? Das geht aber so n hohem Schilder, wenn die gute Erwartung mehr zu sein. Ahh, zum Obelisk. Ach, da oben hoch. Ah, ne, hier. Moment, hier war das. Einfach. So kleine Mini-Schrittchen. Das will ich gar nicht sehen. Oh, wieso bin ich auch immer wieder so schnell? Hm. Pink's Martha's Spire. Boah, ist das ein ewig langer Weg. Ah. Na komm auch. Oh mein Gott, ich nehme jetzt doch schon ewig auf. Ich nehme noch die Sky-Ridge-Floor. Oh mein Gott. Ah, was ist das jetzt? Äh. Äh. Äh, äh, Ferry-Portion. Ah ja, Ferry-Portion. Weeeeeeee! ihn die Kressel gegen den Denkmalen hätte das Video zu Ende sein habe ich auch mehr als Glück aufgenommen aber das Spiel macht auf jeden Fall Spaß also ich werde es wohl noch weiter spielen bisher mit Niko und Alex aus wie bei sich mitmachen wollen jetzt hat die Kressel also ich bin ich kann mich wie lange nicht das Spiel noch feiern werden das noch Spaß macht aber mit dem ersten ich kann vorstellen dass es doch mehr ich weiß wie wir jetzt nicht gerade wirklich sehr unterhaltsam das nicht wirklich die Regenzeiten so ein weiterer ein Spiel hat und das Spiel nicht wirken lassen ich habe hier das Spiel auch uns er hat auch die Fremdung spielen Ich glaube, das ist ein Ding. Ich glaube, das ist ein Ding. Er... Anon-Cum. also werden auf jeden Fall noch werden noch ein paar Skills haben, das merke ich schon After Reaching 52, oh ja, ich will mal gucken wie weit ich das Spiel spielen werde aber, so, für den RPG macht es mir eine Menge Spaß, gebe ich ehrlich zu also dann bis übermorgen zum neuen Projekt Entschuldigung, dass in letzter Zeit so wenig kommt, ich versuche, dass es wieder regelmäßiger wird